ja moin willkommen zurück zu crosscode wir sind immer rohnenthal angekommen letztes mal nachdem wir einen super blutrünstigen hasen getötet haben ja nicht aber was macht man nicht alles für xp ups nicht wahr moin scheiße kann man nicht mehr hoch hier noch zwei sachen bin echt gespannt was hier jetzt so abgeht was hast du den minion stachelschiene drei gewürzkisten noch nicht mal okay mehr fokus ja ich schon mit gewürzkisten muss ich sagen aber ich gehe noch weiter bis wir ein teleporter finden also nice du denn hallo mensch du sehen ratlos aus du betreten marontal sandig weiße wüste und heimat von uns schad alle menschen willkommen du besuchen baki kuhn geschäftige stadt stadt der schad hat großen bazar mit großartigen angeboten mensch wollen wissen mehr sprechen mit mir emilie emilie hey bonjour lea hi bist du gerade frei würde mich nämlich gerade echt gerne deiner party anschließen wenn das für dich in ordnung geht ja très bien bist du zufällig gerade im marontal angekommen ich bin in einer sekunde da danke fürs warten hatte ich dieser vogel typ da drüben auch angesprochen er macht das mit allen neuen spielern die zu lange rumstehen ich war erstaunt mal eine nichtmenschliche rasse zu treffen also dann wir sollten nach baki kum gehen richtig klingt wie die nächstgrößere stadt also dann nichts wie ab 9 wenn welche gemüse testkisten ja können wir aber wenn wir aber wir haben nicht die sachen dafür gemüse kiste drei stück geil 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 jetzt holen wir uns die waffe erstmal gucken was hier so gibt eine waffe jetzt schwarzmarkt hallo ich möchte gerne laufen ok der will nicht anscheinend wenn ich hin ach so können wir papierkarotte jeder braucht man auch noch teile und bergen fahrt doch drei gewürz kisten ich habe gemüse kisten gekauft jetzt kisten gerade so der dankeschön nach kupfermöwe eben bekommen keine ahnung ok ab geht's ab geht's sagen kann ich da er sieht krass aus emily haut so rein es ist krank direkt man ja alles kaputt machen für die forschung ach du wieder okay du willst wieder das gleiche ok die drohne ja und dort ist genau das gleiche ok er ist anscheinend in jedem gebiet all right ouch da geht es lang um geht es gar nicht ach so aber nach links aber ups das item da bitte damit danke der holz sehr schön ouchi ihr lappen ja und schutz geil sein spiel macht so bock ohne witz bock die studiert wo es der gruppenaufgaben stellt sie hatte heute deswegen etwas ärger und du bist du denn hallo Ups. Aua! Dumm. Ah Gott. So. Es hat uns nichts gegeben. Da kommen wir rüber. Kreuzung. Oh, gibt's mir drei Wege. Hey! Du Lappen! Aua! Ja, gut, dass ich ihn nicht treffen konnte. Fair. Da ist er! Boah, komm her, Junge! Woll! Okay. Irgendwo hoch. Gruppenbesprechung. Jeder sollte eigentlich seine Aufgabe bis zu sein fertig haben. Ja. Die alte Leier. Ach, sie wusste nichts davon. Aha! Aha! Sie ist der, der nichts macht in der Gruppe. Aha! Geil! Hallo! Iiiiiiii! Was ist das? Brenne, du ekliges Kackvieh, Mann! Alter, der Typ tut weh. Nice! Das hat wir getan. Tudu! Okay. Das sind irgendwelche Pflanzen auch. Warte. Ja. Nein. Nice! Cool. Ja. Können wir... Können wir jetzt hin? Okay. Ja, ja. Uh. Nein! Es war nicht an. Okay. Nehme ich auch. Pfeffernachttee. Nicht da rüber. Ne. Ich hätte runterspringen sollen. Dammit! So. Aber hier muss man... Da muss man jetzt hier noch irgendwo hinkommen. Kann ja nicht sein. Hallo? Beziehungsweise... Wo macht man das Ding hier an? So, warte. Wir sehen's, ja. Ah. Hm. Liegt halt nicht lang genug. Ich hab nichts gesagt. Nice. Geil. Nein. Ich will euch nichts... Lass mich in Ruhe. Komischen Sandhaie, Mann. Hm, hm, hm. Du, du, Didi. Äh. Wo ist... Hä? 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 Was soll ich jetzt hier machen? Äh. Wo ist... Hä? Hä? Was soll ich jetzt hier machen? Hä? Hä? Kommt man doch nirgends wohin? Hä? Ach so... Ach so, ach... Ahh. Okay, so. Ich... Ich wär gar nicht hier hingekommen. Ach toll. Und hier können wir jetzt nicht weiter. Ja, wir können hier nicht weiter Ja, wie kommt man jetzt aber zurück? Ich kann mich nur noch porten Ach, man kann hier ganz easy hin Hä? Muss ja da noch irgendwas geben Emily klatscht wieder irgendwen kaputt So Kann ich nicht Weiß nicht, wo wir dahin sollen Verstehe es nicht Was für dieser Weg ist Einmal gehe ich ihn noch Was? Ah Ah Nein Eh? Absolut kein Plan Wurde lang Nö Ich weiß es nicht Egal, dann gehen wir weiter Äh Einfach nach links Bambam, 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 bambam Tschüss Das ist Zahlelauch Alte Bögen Da können wir nach unten, nach links und nach oben Hilfe Hier erstmal weiter Ey Geilo Eine Teleporter Wenn wir von oben kommen, können wir das Aktivieren So 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 Boat An Ey Ach, ihr Lappen Ey ach komm ihr seid mir viel zu viele also kurz gesagt ich habe das treffen heute verpasst habe verschlafen kam zu spät an treffen war schon vorbei einer aus meiner gruppe sah mich dort und fragte wo ich gewesen sei also sagte ich einfach ich hätte crosswords gespielt da wurde sie richtig böse sage ich dir hielt mir eine standpauke darüber dass das leben nicht nur aus vergnügen besteht glaubt mir hätte ich von dieser dämlichen besprechung gewusst wäre ich hingegangen aber noch ich zocke zocke videospieler also muss ich ein verantwortungsloses kind sein man war ich angepisst ach egal lass uns weitergehen okay vielleicht liegt sie doch nicht hey junge tschüss so paar vögel hier können wir nicht weiter level 25 da kann man nicht weiter aber natürlich versprochen mein kram so schnell wie möglich zu erledigen erst mal zocken tschüss junge bäm hier eigentlich nicht rein wo sind wir denn weg nach bergen abkürzung nach bergen weg nach bachikum ok er hat eine augenklappe der junge ok können wir können wir jetzt irgendwas hier freischalten wie übers denn alles teurige semmel kann ich so hin wir waren nur so gesperrt wird dachte kann dann und können da noch nicht hin tschüss aha ok da haben wir die abkürzung freigeschaltet jetzt sind wir wieder am anfang cool ist klar alles klar wie auch immer man dahin kommt oder noch so naja so das kann ich noch nicht öffnen dachte es sei eben anders aus regenbogen juwel machen wir uns mal auf zur stadt hier können wir wahrscheinlich wenn wir auch noch öffnen war wohl doch ich gibt es noch einen anderen weg aber es hätte sogar zwei wege für diese abkürzung gegeben okay egal wenn ich müssen wir von hier dann darin ist das die stadt cool sanduhr säule mon dieu was für eine aussicht das muss der tempel sein okay ist es nicht um ehrlich zu sein habe ich es gestern wohl etwas übertrieben aber das hat doch richtig spaß gemacht noch manchmal wünscht man sich man könnte einfach in dieser welt bleiben gefährliche gedanken leer lass uns das real life nicht zu abwerten d'accord würde sicher kein gutes ende nehmen ja was ist los stimmt etwas nicht weiß ich quatsche manchmal ein bisschen viel aber weißt du wenn du was auf dem herzen hast dann kannst du es mir sagen so wie ich gerade allein dadurch dass ich mit dir geredet habe fühle ich mich schon viel besser keine sorge ich will mich nicht aufdrängen sagt mir einfach wenn du reden möchtest d'accord dafür sind freunde doch da oder ich habe mich an der aussicht satt gesehen lasst uns weitergehen ich würde sagen freunde das wäre es für diese folge beim nächsten mal machen wir uns dann aufgehen weiß nicht mehr wie die stadt heißt irgendwie ich weiß es nicht mehr naja egal die stadt halt vielen dank fürs einschalten ich hoffe euch hat es gefallen cooles neues gebiet ich freue mich ja ich hoffe ihr euch auch wir sehen uns beim nächsten video macht's gut wir sehen uns beim nächsten mal der Vielen Dank.